Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine etwas intensivere Skat-Rätsel-Analyse und da habe ich mir heute rausgesucht, das Jubiläumsrätsel, die Nummer 100, ein Farbspiel für Überlebenskünstler von meinem sehr guten Skat-Freund Fabian Wolf. Wie alle anderen Ideengeber übrigens auch, den gibt es wirklich und wer es nicht glauben mag, der tippe einmal auf den Infobutton und hole sich ein paar Hintergrundinformationen zu Fabian oder zu den anderen Ideengebern, das lohnt sich auf jeden Fall. Fabian ist jedenfalls zähneweit bekannt für seine besonders anspruchsvollen Skat-Aufgaben und auch dieses Rätsel habe ich bewertet auf einer Skala von 1 bis 5 mit der zweithöchsten Schwierigkeit. Also durchaus eine harte Nuss, die wurde auch schon intensiv in der Skat-Rätselgruppe auf Facebook diskutiert, von allen Seiten beleuchtet und natürlich beruht das Rätsel auf einer real gespielten Partie. Bevor wir jetzt endgültig einsteigen, ein Punkt noch, der eine oder andere hat vielleicht ein Déjà-vu gehabt und gesagt, Moment mal, das Rätsel kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht sich sogar erinnert, dass ich auch ein Video schon gemacht habe zu einer ähnlichen Verteilung und ich löse das hier gleich mal auf. Es handelt sich tatsächlich nicht nur um eine ähnliche, sondern exakt um die identische Verteilung wie im Skat-Rätsel Nummer 89, gespielt wie eine Maschine, das Weihnachts-Rätsel aus dem letzten Jahr. Einziger Unterschied natürlich die Perspektive. Während wir damals in die Gegenspielerhand geschaut haben, schauen wir jetzt in die Alleinspielerhand und ich denke, das ist auch schon ein Zeichen, dass das hier eine sehr interessante Verteilung ist, dass ich mir gedacht habe, da mache ich sogar aus der Einverteilung zwei Rätsel draus. Beide haben eine hohe Schwierigkeit und beide verheißen einen gewissen Knobelspaß und damit dann genug gesagt. Und steigen wir mal ein hier in die Partie. Es ist natürlich durchaus so, als aus der Alleinspielersicht wird die Geschichte irgendwie noch ein bisschen interessanter und heißer, weil man ja erstmal direkt hier mit in das Geschehen eingreift und auch erstmal mit dieser schönen Mittelhandkarte natürlich gleich diese Entscheidung hat. Moment mal, ja, ausbaufähig schon, aber auch riskant. Muss man da eigentlich 18 sagen? Natürlich nicht. Muss man nicht. Aber kann man da 18 sagen? Sind die überhaupt vertretbar? Ich denke schon. Wenn du das Spiel für 18 bekommst, wirst du typischerweise schon eine Verstärkungskarte finden. Ansonsten kannst du immer noch aussteigen. Auf jeden Fall mit diesen drei Assen und der passenden 10 und keinem Bild in der Hand eine ausbaufähige Karte. Also, ja, ich tippe mal, die Hälfte aller Skatspieler wird wohl 18 bieten. Die andere Hälfte vielleicht nicht. Fabian gehörte zu denen, die optimistisch 18 gerufen haben. Wurde auch Besitzer und belohnt mit einem Buben im Skat. Trotzdem natürlich nicht richtig schön das Spiel. Und das liegt auch daran, dass die Herz-Dame natürlich nicht so gut reinpasst. Genau jetzt in Herz, wo Ass-10-Lusche an sich in der Beikarte auch mal für 28 Augen gut sind, passt das natürlich nicht. Also, wenn es denn schon eine Dame sein musste, wäre natürlich Pieck- oder Karo-Dame lieber gewesen. Aber es ist natürlich kein Wunschkonzert. Jetzt müssen wir mit diesem Material irgendwas anfangen. Eine bessere Partie als den Fünftrümpfer kriegen wir da irgendwie auch nicht raus. Und der ist natürlich schon hohl, ne? Diese beiden Asse zu dritt mit den beiden Luschen. Wenn da Pieck oder Karo aus dem Drilling eröffnet wird von Vorhand, dann steht das Spiel von der ersten Sekunde an unter Beschuss. Und dann ist selbst bei einer ganz gleichmäßigen Trumpf-3-3-Verteilung überhaupt nicht gesagt, dass die Trumpf-vollen nach Hause gehen. Da drohen also Überstiche und, und, und. Aber was hilft ist, eine bessere Idee haben wir nicht. Also Daumen drücken, dass das gut geht, Herz ansagen und dann mal schauen. Ja, und dann kommt das Kreuz Ass auf den Tisch. Juhu, besser geht es ja wirklich nicht. Ein fehlvolles Eingesammelt, das erste Trumpf-volle, verhaftet 22 Augen liegen und auch noch keinerlei Drohung oder Gefahr, die in Pieck oder Karo droht. Also Traumauftakt in die Partie. Wir haben plötzlich schon ein richtig gutes Gefühl. Natürlich nochmal kleinen Trumpf raus, in der Hoffnung, dass jetzt nochmal Kreuz hinterherkommt und die Trumpf-10 auch noch nach Hause geht. Denn dann ist das Ding ja schon fast sicher im Sack. Und genauso kommt es hier. Kreuz, Dame auf den Tisch, Trumpf-10 rauf mit dem König aus Hinterhand, 39 Augen. Ja, und jetzt können wir hier mal aufteilen die zwei Varianten, die es jetzt hier gibt. Die eine, die im echten Spiel genommen wurde und die, denke ich, relativ plausibel ist. Das Gefühl bei 39 liegen und wo alles hier so glatt lief, ich brauche gar nicht mehr Trumpf rausspielen. Ich ziehe einfach noch meine beiden Asse, mach den Sack zu. Das ist ein sehr naheliegender Gedanke. Und es spricht ja auch wirklich nicht viel dafür, dass jetzt eine Farbe auf Abstich steht. Deswegen durchaus plausibel, so lief es. Fabian startete mit dem Karo-Ass, bekommt sogar die Karo 10 auf 60 und konnte trotzdem das Spiel nicht gewinnen. Nach diesem Zug gibt es schon keine Lösung mehr, denn das Pik-Ass steht aus heiterem Himmel auf Abstich. Und das ist natürlich wirklich richtig hart. Also das kann nur Skat, das sich wirklich im Laufe des Spiels die Stimmung von traurig bis abwartend wirklich ändert in einen Hoch. Und das Spiel war schon fast gewonnen und dann wird es je unterbrochen und auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und mit diesem Vortrag hat es einfach nicht hingehauen. Also gehen wir jetzt hier nochmal zurück und schauen uns diese andere mögliche Entscheidung an. Natürlich kannst du auch einfach noch wieder Trumpf rausspielen. Und warum sollte man es vielleicht nicht tun? Was spricht dagegen? Es kann natürlich sein, dass der Spieler rankommt, der noch zwei Kreuzen hat. Also damit überhaupt eine Gefahr besteht, müssen die beiden fehlenden Kreuzen noch in einer Hand sitzen. Und auf den nachgespielten Kreuz der andere Spieler dann wiederum eine blanke Pik- oder Karo-Karte abwerfen kann. Und damit plötzlich ein stehender Sieg bei Abzug der beiden Asse einfach verschenkt wird. Und das ist natürlich auch mit einigen Wenn und Aber verbunden. Du kannst auch mal in Hinterhand kommen. Es kann auch Kreuz 1-1 stehen. Also es muss aus diesem Trumpfzug gar nichts Schlimmes entstehen. Und natürlich ist die Gefahr auch andererseits auch gar nicht wieder so groß, dass ein Ass abgestochen wird. Also eine ganz enge Abwägung ist so eine typische Situation, die du im Skatleben immer wieder treffen musst. Muss ich jetzt schon über die Dörfer? Kommt vielleicht der Doppelläufer oder laufen einfach die Asse? Oder muss ich nicht besser beraten, noch Trumpf weiter zu spielen? Du wirst es letztlich nie immer hundertprozentig richtig treffen. In dem Fall aber sicher auch möglich ist, so rumzuspielen. Und was wäre dann passiert? Hier geht jetzt die Spannung los. Natürlich kommt jetzt erstmal der Spieler ran, der Kreuz hinterher spielen kann. Und natürlich steht Kreuz nicht 1-1. Und es fliegt auch eine blanke Karte weg. Aber das ist tatsächlich die Karo 10. Und das ist natürlich nicht unwichtig. Erstens, weil es die 10 Augen sind und wir damit jetzt schon auf 52 stehen. Und weil es natürlich auch sehr viel über die Karte verrät. Natürlich hat der Spieler jetzt kein Karo mehr. Kreuz hat er ja ohnehin nicht mehr. Und somit wird er noch Pik in der Hand haben und Trumpf. Und die Frage ist, wie viele Trümpfe hat er denn? Hat er beide Trümpfe, die noch fehlen? Oder hat er nur einen? Das ist an sich die einzige Unsicherheit, die noch bleibt. Denn wenn der Spieler jetzt nur einen Trumpf hat, dann ist auch logisch, die anderen vier Karten müssen Pik sein. Und damit hätte Vorhand hier gar kein Stück Pik mehr. Und dann stehen jetzt beide Asse auf Abstich. Die andere Variante ist, hier sitzen noch zwei Trümpfe, dann nur drei Piken. Dann wird das Pik Ass laufen und das Spiel ist natürlich gewonnen. Und jetzt kommt natürlich wieder diese Abwägung. Was für eine Verteilung liegt vor? Und mit welchem Trick oder mit welcher Idee kann ich am ehesten darauf kommen? Was ist eigentlich am wahrscheinlichsten? Ja, und da greift eben wieder so die Abwägung. Ich stelle mir nochmal die Gesamtblätter der Gegenspieler vor. Und frage mich mal, hätte denn Vorhand, wenn er nur zwei Trümpfe hat, tatsächlich aus Kreuz Ass 10 zu viert, den Vollen auf den Tisch gepackt? Ist das plausibel? Ist das realistisch? Ich würde sagen, nein. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Also, dass er das Kreuz Ass ausgespielt hat, was ja ohnehin eine fragwürdige Karte ist, das deutet doch eher darauf hin, dass er wenigstens auch drei Trumpf in der Hand hat und vielleicht eine Farbe frei ist, dann lässt sich der Zug jedenfalls deutlich leichter erklären, als wenn er jetzt wirklich nur zwei Trümpfe hätte, dann einfach so einen Vollen ins Gefecht zu führen, obwohl er auch aus dem Karo König zu dritt hätte aufschlagen können. Das erscheint deutlich unwahrscheinlicher. Also vermuten wir doch mal ganz stark, ja, hier sitzen tatsächlich die vier Pik und noch ein Trumpf. Und jetzt ist ja die Frage, haben wir denn noch eine Lösung für das Dilemma? Es fehlen noch zwei Trümpfe. Jeder Spieler hat noch einen Trumpf. Jeder Spieler ist eine Farbe blank. Wie können wir unseren Kopf aus der Schlinge ziehen? Natürlich nur mit einem Zauberzug. Und nur, weil wir über die Pik Lusche verfügen, die sieben, ist es ganz wichtig, dass wir hier die sieben haben, um den Spieler links ans Spiel zu bringen. Wenn wir hier also nur die acht hätten, oder jetzt in dem Fall fehlerhaft hier die neun spielen, dann passiert Folgendes. Der Spieler links kann noch einmal den Stich tauchen. Möchte ich am echten Tisch übrigens auch mal sehen, diesen Zauberzug. Das wäre Zauberzug eins, gekontert durch Zauberzug zwei. Jetzt steht unser Blatt wieder auf Niederlage. Wir können nicht mehr gewinnen. Aber, weil wir das natürlich alles berücksichtigt und ausgerechnet haben, spielen wir eben die Pik sieben. Und jetzt kommt der Spieler links ran und hat eben keine bessere Fortsetzung, als Pik zurückzuspielen. Wenn er Trumpf spielt, bekommen wir sogar noch beide Asse heim. Ja, und Spieler rechts kann uns entweder direkt den Stich lassen, der uns zum Sieg reicht, oder erst mal einstechen. Und dann Karo weiterspielen, was uns hinten wieder abgemeldet wird. Aber es nützt nichts. Wir bekommen eben hier noch diese elf Augen nach Hause. Gewinnen das Spiel jetzt mit 63 Augen. Ja, und das ist natürlich wirklich eine richtig schöne Sequenz, die wir da gespielt haben. Eine richtig schöne Zugfolge. Schade, dass es die so am Tisch nicht gegeben hat. Und eine krasse Erfolgsgeschichte schreibe ich hier. Die Schlüsselszene des Spiels ist sicher der vierte Stich. Wer zu schnell den Sack zumachen will, wird bei der vorliegenden Verteilung bitter bestraft. Aber auch das hatte ich ja schon gesagt. Das ist nicht alles immer hundertprozentig erkennbar mit verdeckten Karten. Da spielst du ja gegen verschiedene mögliche Verteilungen. Hier spielst du gegen eine konkrete Verteilung. Und da gilt es immer abzuwägen. Deswegen, wer hier nicht beim ersten Mal direkt das Rätsel gelöst hat, der möge sich nicht grämen. Das gehört absolut dazu. Aber trotzdem ein interessantes Motiv. Auch einfach toll, das mal gesehen zu haben, denke ich. Und jetzt kann ich euch nur empfehlen, schaut euch doch mit dem Wissen jetzt nochmal das Rätsel Nummer 89 an. Da geht es, wenn man so will, darum, wie kann der Spieler in Hinterhand eigentlich diesen schwachen Aufschlagszug, die schwache Eröffnung mit dem Kreuzass noch reparieren. Dann hat der noch ein Gegenmittel, um dem Alleinspieler den Sieg wieder aus den Händen zu reißen. Und naja, es wäre kein Rätsel, wenn es nicht irgendwie ginge. Aber da sind schon die ein oder anderen Verrenkungen für nötig. Also eine Verteilung, zwei Rätsel, jetzt auch das zweite Video. Ich hoffe, ihr hattet da euren Spaß dran. Und wir sehen uns natürlich bald wieder mit weiteren Rätseln, mit weiteren Videos, mit weiteren Diskussionen rund um unser Lieblingsspiel. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wie immer gut platt. Bis dahin, haltet die Ohren steif.